Na gut, sind wir bereit? Jo! Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2 und zwar zusammen mit dem Tim, dem 3 zu 1 Spieler. Hallo! Hi Tombi! Ja, und wir wagen uns hier natürlich wagemutig in den Kampf mit den Helden. Mal gucken, wie gut das funktioniert, ne? Tombi ist glaube ich schon mit Aiden Level 3, habe ich das richtig verstanden? Jaja, das ist richtig, also... Ich glaube, da haben die Gegner keine Chance mehr, glaube ich, ne? Die besten Karten, alles. Ja, alles hochgelevelt, ja. Spakula Bay spielen wir okay. Ob ich auch nicht drauf geachtet? Tatsächlich nicht. Oh, Anakin im Gegnerteam, wie selten! Wer hätte es gedacht? Ah, und den Luke auch noch, da wird man wirklich umgeworfen. Drei Schubser haben wir jetzt hier, na toll. Drei Schubser. Vielleicht klappt es ja trotzdem, mal gucken. Gut, wo bist du? Da. Ich komm mal, ich komm mal mit hier. Huch, häng fest. Ah, der eine von uns ist anders gelaufen. Aber der General Grievous ist das Ziel. Oh, da wird er schon hingezogen. Das ist ziemlich schnell. Nein! Ich kann doch nicht blocken. Oh, jetzt macht er das. Oh, hat mich nur erwischt, ey. Aber dann bin ich gestorben. Das ist ja Gott sei Dank schwächer geworden. Oh, oh. Ja, immerhin, ne? Jetzt bin ich das Ziel... Oh mein Gott. Oh, jetzt werde ich nur noch umgestoßen. Hehehe. Einfach rauf. Ich prügel nur und mach nur Punkte. Ja. Ich bin gleich das Ziel. Oh, ich muss noch warten, bis ich wiederbelebt werde. Ja, ich hab fast den Eindruck, das wird schnell gehen. Mach doch mal, ob wir uns da nochmal... Aber nicht zu... Aber nicht zu 10 verlieren. Ne, einen müssen wir machen. Boah, jetzt ist eine Klinge am nächsten... Oh, das wird ja nix. Obwohl, der ist fast tot. Oh, jetzt hat er... Nein! Er ist acht Kilometer von mir weg. Ah... Ja, mich hat er auch erwischt damit. Ah, ich bin nicht down. Ich bin down gegangen dadurch. Ach, da wird man schon die ganze Zeit rumgestoßen. Ah, der hat nicht mehr so ein Leben gehabt. Vielleicht guckt er ihn ja noch. Ich flüchte ja schon. Na, du machst das super. Ich versuche es nochmal anzuhören. Oh, jetzt kommt er zu dir. Jetzt will er dich. Ich bin weg. Oh, dann zieht er dich wieder. Ah, und der Obi-Wan schießt mich auch um. Oh, der Luke ist auch noch hinter dir. Oh, wir haben ihn. Jawoll. Boah, das war knapp, weil... Ich bin genau in dem Moment gestorben. Heidewitzker. Aber hey, wir haben schon mal einen Punkt. Wir können nicht mit 10 Punkten da verlieren. Das ist schon mal gut. Das ist mir bei er persönlich wichtig. Du gehörst mir. Wir haben zwar verloren, aber nicht komplett. Ich erinnere mich an Solo. Da bist du schon dran. Ich komme auch. Oh, der ist da runtergesprungen. So kriegt den aber auch nicht. Krasse. Er ist eh schön. Ja, hab ihn erwischt. Boah, der ist aber ein Wirbelwind, nicht? Der da ist mal, ey. Ja. Uh, jetzt werde ich ja auch wieder nur rumgestoßen und rumgeschmissen. Die Bahn will auch weg hier. Mein Gott, ey. Wir liegen nur auf dem Boden. Schon wieder das Ziel erledigt. Sehr gut. Ah, da kommt Anakin. Oh, irgendwas dauernd. Oh, du tust dich halt Solo. Ach nein, Anakin wird auch noch das Ziel. Was war das? Nein, ich fliege nur noch. Ich fliege nur noch. Oh, kam nicht davon. Nein. Dieser Mind Trick von Obi, ey. Der ist übel, ne? Mhm. Ach, ich bin nur noch rumgeflogen am Ende. Schade, hab nicht gestorben. Aber 7-7 haben wir. Ja, es läuft gar nicht so schlecht. Es bleibt spannend. Das nächste Ziel. Ich fliege das. Ach, Anakin ist direkt bei mir. Luke Skywalker ist das Ziel. Boah, du hast keine Chance gegen Anakin, ey. Nee. Selbst in den Wegwirbeln hat er mich noch getroffen. Aber richtig schnell. Schade eigentlich. Alter, fliegt der Kylo schon hier durch die Gegend. Sie sind immer nur alle durch die Gegend fliegen bei unserem Team. Aber ein Solo ist das Ziel. Das können wir gut hinkriegen. Ja. Ach, das haben wir. Aber ich bin auch da in der Fähigkeit drin vom Manneken. Boah. 6-6. Also sehr ausgeglichen. Ziel identifiziert. Wo bist du? Wo bist du da? Ich fliege nur noch. Ich kann nichts tun. Ach, da ist er wieder. Boah, direkt gestorben, ey. Unfassbar. Oh, Level Up. 22er, mein Morley. Cool. Weiß gar nicht, ob ich hier schon Level Up bekommen hab. Wüsste ich doch eigentlich. Das geht ja jetzt eigentlich nur rummel die Katze, ne? Oder braucht man immer die Silbe-Punktzahl? Ne, ich glaub, das müsste eigentlich schon schneller sein. Was hat man einfach, wenn man gezogen wurde von so einem Manneken, da ist man einfach hoch. Da hat man einfach keine Chance gegen. 4-6. Und ich fall wieder um. Luke ist das Ziel. Boah, ich hab gerade 12 Kilometer weggeworfen. Den machen wir doch. Jawohl. Oh, mit Unterschätzung von Tom B. Ah, da, jetzt hier Level 5. Hab ich sogar schon das zweite Level geschafft. Boah. Ja, du bist doch auch Erster bei uns. Und ich bin Letzter. Oh, gegen den kriegen wir doch auch den Punkt. Jawohl. Jetzt ist wieder richtig spannend hier. Ich bin das nächste Ziel. Hauptsache, der Anakin wird nicht das Ziel. Die anderen kriegen wir ja eigentlich ganz gut. Ach, da oben ist er wieder auf dem Berg. Nur um Anakin. Ach, und jetzt fliegt man nur noch. Aber den kriegen wir auch, den kriegen wir auch. Ja. Jawohl. Oh, das Loop. Da fliege ich auch schon wieder. Nur rumgestoßen. Oh. Jetzt haben die eine Rail. Okay. Wer ist denn das auf einmal? Boah. Andy ist da. Oh, mein Gott. Oh, sehr gut, dass ihr das hinbekommen habt. Ich wäre gerade gestorben danach. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Nein, nein. Du gehörst mir. Das nächste Ziel, dann haben wir wieder HP. Jetzt. Oh, in der Sekunde getötet worden. Ah, da ist ja der Anakin. Ach, ich werde rumweggestoßen und angezogen. In einem, in einem Moment. Das ist doch geil aus. Habe ich voll aufgenommen. Können die sich mal entscheiden. Ich bin dein Ziel. Aber hey, nur noch einen Punkt brauchen wir. Ich bin dein Jäger. Boah, hab ich ihn noch erwischt? Ja. Wirbelattacke. Ich bin schon wieder das Ziel. Ah, und der Anakin ist auch wieder das Ziel. Nein. Wieso Anakin? Aber wir führen. Einen noch. Das sieht echt gut aus. Oma gibt alles. Schreit. Ne, jetzt ist der da irgendwo dahinter, oder wo ist der denn? Feind ausfindig. Da ist er. Ah. Hat er mich noch erwischt? Mich hat er getötet. Acht Kilometer weiter hat er mich noch getötet. Mich hat er auch erwischt. Ah, was haben die sich dabei gedacht, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Ne, ich bin das Ziel, okay. Hoffentlich jetzt mal irgendwie so ein Solo von denen. Ne. Obis das hier bei denen? Mein Gott, ey. Ich flieg ja jetzt schon wieder nur noch durch die Gegend. Keine Chance. Anakin haut auf mir ein. Wie oft ich das... Ah, da kommen sie alle. Wie oft ich schon Anakin gesagt hab heute, ey. Ach, ne. Sofort tot. Ja, ich auch. Oh nein. Zwei eins. Ach, das wird nochmal richtig knapp hier. Dann wer wird das Ziel? Ich wusste ja, wusste ja, wusste ja, wusste ja, dass... Der Han Solo hat den Charakter gewechselt, ne? Glaub ich. Weil der war immer ganz leicht zu gehen, glaube ich. Vielleicht jetzt den Weg. Du gehörst mir. Du gehörst mir. Jawoll. Wir haben ihn. Jawoll. Aber ich werde noch umgeschleudert. Das ist ja komisch, der Baxin, dass du da hin und her geschleudert wirst. Tja. Nur am rumgeschleudert werden. Aber hey, wir haben gewonnen. Super. Das ging doch ganz, ganz gut ab. Wichtig knapp sogar. Anakin hat keine Chance gegen uns. Ah, der wird ja mal auf dem ersten Platz sein, wie immer. Ja, da ist er. Ja, das ist wirklich immer so, ne? Außer ich spiele den. Dann ist es fair, dann ist er. Oh, aber drei Level geschafft hier. Oh, gut, gut. Gut, Map Change. Da fängt noch einen hinten dran, ne? Ja, klar, klar. Das wäre viel zu kurz. Noch mal Starkiller Basis. Juhu. Den mag ich auch im GA nicht so gerne. Nimm ich mal den Annie, Alter. Jetzt zeig ich dir mal, wie ihn Anakin spielt. Oder willst du den haben? Nee, nee, mach ruhig. Ich habe hier so viele, die ich nehmen kann. Noch mal einen Schützen. Ich mag das sowieso irgendwie mehr, mit so einem Schützen zu spielen hier. Ja, also Han Solo habe ich auf Stufe 40 heute gekriegt. Han Solo mag ich allgemein ganz gerne. Der ist irgendwie, der ist ganz cool. Aber der stirbt auch recht schnell, wenn man da erstmal irgendwie Probleme hat. Hast du einen mit Laserschwert neben dir das Feierabend? Ja, das stimmt. Den kannst du noch einmal umhauen und dann war's. Also bei Galactic muss man dann hoffen, dass da irgendwie noch Freunde bei ihm sind, die dann mit drauf schießen. Aber naja. Ah, da ist er, der Han. Han Säure Solo. Mann, jetzt kommt doch hier blöden zwei Spieler. Sag mal, wer kommen hier? Nix zu leveln hat er. Nee. Einfach nix. Einer noch? Ah, jetzt geht's los. Ah, jetzt geht's los. Na gut, in 40 Sekunden. Investiere Pünktchen. Hab ich auch noch welche? Ja, tatsächlich. Wie können wir denn da machen? Pfff. Also ich werd das verkacken als Annie, ne? Soviel steht schon mal fest. Ach. Ich hab da erst Stufe 14. Da die ersten Tage, wo der so über mega OP war, ne? Da, 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 da brauchstest du ja gar nix machen. Ja. Ein Amiga hätte da Level 40 geschafft an einem Tag. Tja. Aber da hast du ihn auch so gut wie gar nicht gekriegt. Also da waren ja, da waren 90% der Map waren Spam auf Anakin. Das war so ein grausames Gameplay deswegen. Mhm. Ja, das stimmt. Da ist er. Mit... Der gute Anakin. Mit Mantel, der überhaupt mich stören würde. Nee, natürlich nicht. Naben Kylo. Na, die sind nur zu dritt. Nee, da fehlt einfach einer. Da wird einer nicht angezeigt bei mir. Ja, der ist wahrscheinlich nicht ausgewählt. Aber die sind zu viel. Komisch. Das ist der neue Jedi, der Unsichtbare. Der, 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 der Unsichtbare, ja. Der Konter gegen Anakin. Uh. Boah. Boah, das ist... Boah. Nein, jetzt roll dich doch. Ah. Kein guter Anfang für mich. Boah. Boah, der... Das weh da. Also ich selber hau mich richtig tot. Nee. Imperator war von hinten nämlich nicht gesehen. Jetzt siehst du hier die ganzen Low-Level-Leute, die hier ihre Charakter hochpushen. Naja. Ach, bei uns schriegt die Rey nur rum oder was war das? Sah so aus. Wäre natürlich doof. War ich das Ziel? Habe ich nicht darauf geachtet? Nee, ich glaube nicht. Bei uns war Rey das Ziel, meine ich. Wollte ich gar nicht. Boah. Jetzt war der olle Imperator das Ziel. Den haben wir aber erwischt. Ist vielleicht wenn ich das Ziel... Na, treffen wir den auch nochmal? Na, jetzt. Boah. Imperator. Ich sehe dich. Oh, Ziel. Oh, ich wollte einfach nur drauf rügeln. Habe es nicht erwischt. Das ist der Annie. Ich bin einfach ein furchtbar schlechter Heldenspieler. Na, ah. Ach. Manchmal hat man so einen guten Lauf, aber das ist ja selten. Na, ich glaube bei uns ist der eine leider auch Askar gegangen irgendwie. Das macht doch keine Punkte. Aber hey. Kann ja alles noch was werden. Endlich war ein Daumen. Na, den Kylo hast du sehr schön. Ach, der ist ja Imperator kack. Ach, jetzt wird er das Ziel. Ich steuere alle Unverschämtheiten nicht länger. Nein, ich treffe ihn nicht. Ah. Das reicht. Das war ja nix, du. Der fällt mir aber auch am laufenden, wann so Meilensteine reicht. Ich sehe nix. Ich sehe nix. Komm ab. Nein. Ich bin trotzdem eher... Ne, du bist der Erste. Aber ich bin trotzdem fast Erster. Ah. Nur weil ich der Anakin bin. Und ein bisschen rumprügele. Ach, jetzt werde ich aber verploppt, du. Die Rails bei uns afkar. Jeder gestorben. Alter. Wie schaffen die anderen Spieler mit Anakin so gut zu sein? Tja. Aber... Aber mir gefallen sie nicht dort oben. Aber er ist auch noch schlecht equipped. Da liegt sie. Ja. Oh, verdammt. Och, ich werde nur rumgeschmissen hier von denen. Ach, scheiße. Das soll ich gar nicht machen. Zack. Oh, wie der dagegen geflogen ist. So. Jetzt guck ich mal nach vorne. Aber uns ist wieder das Raiders Ziel. Es wird wieder ein Punkt für die werden. Wir müssen jetzt drei Punkte gemacht an Ray, die afkar rumstehen. Das ist halt echt blöd. Nein, ich mach immer den Dorf einen Trick hier, den ich nicht will. Boah. Oh, wie der fliegt. Den hast du aber weggeworfen, du. Das war ein Glück. Jetzt fick ich hier erstmal über die halbe Messe über. Ich kann nichts machen. Achso, ich hab ihn schon gemacht, den Trick. Der ist aber eh. Hä? Die haben mich gekillt, obwohl ich hier eh mache. Äh, diesen Supermove. Aber da krieg ich mir auch ein bisschen HP abgezogen. Anscheinend, ja. Also ein bisschen auf jeden Fall, ja. Scheiß gutes Gegnerteam, ey. Verdammt. Ziel identifiziert. Ah, wer ist das Ziel da vom All? Besiegt. Unterhalten. Jetzt müssen sie alle weghauen. Die blocken alles. Die blocken einfach alles. Wow. Der fliegt da nur noch. Boah. Alter, ich sterb hier am laufenden Band. Das ist nix zu machen. Na, die Gegner machen das super, ne? Ja, die sind gut. Kann man gar nicht schimpfen. Ach, komm schon. Was war das denn? Ich hab einen erledigt. Endlich mal wieder. Das Ziel. Mann, ich krieg nichts hin. Alter, die spielen voll gut zusammen. Naja. Na, jetzt haben wir endlich mal hier einen, der mitspielt. Der Yoda. Der Arme. Kompakt als letzter. Ich hab nicht mein Level abgeschafft. Erste Ziel, der Imperator. Das machen wir jetzt. Ich renne auf ihn zu. Ich bin dann los. Er schockt mich die ganze Zeit. Ich hau ihn um. Ich hab ihn. Ja, sehr gut. Jetzt auch noch den ollen Darth Maul da. Der ist auch fast gestorben. Erledigt. Jetzt drehen wir den Spieß um. Stufe 15 erreicht. Yeah, ja. Nein. Und wieder erledigt. Sehr gut. Das war der Eneke-Move. Oh, da kommt der Imperator, Alter. Mit einem Blitz. Na, auf mich leider auch. Das ist auch ein Kack. Die haben sich ja einmal rausgehauen extra, weil das so überstark war. Der ist immer noch sehr, sehr stark. Na, ich bin nicht da. Und du bist auch nicht da. Ja, 8 Kilometer laufen. Das war's. Na, unser Ziel leider gestorben. Schade. Schade, schade. Aber hey, immerhin. Wir waren Erster und Zweiter bei uns. Stimmt. Können wir noch einer ranhängen? Die gingen jetzt recht schnell, ne? Können wir machen, ja. Ich hab auch schnell das Zeitgefühl verloren. Vierter und Zweiter. Haben uns verdient. Aber ich nicht als Anakin. Erfahrener Anakin Skywalker. Er ist doch eine Lüge. Hehehehe. 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 Hehehe. Voll erfahren. Stufe 15. Hehehehe. 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 YouTube, dass man Spiele sucht nach. Cool. Oh, Endor. Das ist eine schöne Map. Ah, sehr schön. Mal gucken, welche Seite wir sind. Das ist ja irgendwie immer Glück. Ja. Wäre mir eigentlich gerade ziemlich egal, ob wir mal wieder die Bösen sind oder die Guten. Wir sind die Guten. Enderken ist sofort weg gewesen. Hehehehe. Aber das ist nicht schlimm. Worte ich eh nie nochmal. Mach ein bisschen Luki. Wen nehme ich denn mal? Könnte ich mir überlegen, ob ich hier einen hochleveln will oder nicht. Hm. Aber man muss dann auch wirklich den dauerhaft spielen. Ich hab auch letztes Mal bei Doppel-EP alles gemischt gespielt. Da hast du dann zwei, drei Level mit jedem gemacht, aber... Na, deswegen. Da kommst du auch nie hoch. Ah, nächstens mal so einen hier mit blauen Karten. Das wäre ganz schön. Vielleicht nehme ich nochmal einen Solo. Die anderen sind auch alle hier unter Level 3. Level 4 ist immerhin noch der Lando. Ah. Lando oder S712? Ich hasse ihn. Hehehe. Aber wir sind doch acht Spieler. Warten noch Spieler ein. Ja, komisch, ne? Komisch, komisch. Ist das ja nochmal ein Solo, glaube ich. Aber ein Bug kann das ja nicht sein. Das Spiel hat ja gar keine Bugs, oder? Nee, das hat keine Bugs. Das ist komplett bugfrei, das Spiel. Das hat nur noch Playstation-Bugs auf PC. Läuft das absolut frei. Ich weiß noch, als ich mal mit dir aufgenommen hab, und da hatte ich irgendwie diese komische Sicht von oben da, dass man so die Kamera ganz oben positioniert hat, und dann sieht man sich unten so langlaufen oder so. Das war gut. Oder dieser Sound-Bug, den es da mal gab. Mhm. Ja, den gibt's nicht mehr. Aber der ist, glaube ich, jetzt komplett ausgelöscht. Aber der wurde behoben, und dann war er anders einfach. War ja nicht mehr so schlimm. Haben sie mal ein bisschen verändert. Nicht ganz weg, Mann, aber der muss ja noch drinnen bleiben. Aber wir haben eine brave woman jetzt im Team. Oh. Na, Hunde die bellen. Ist aber schön haarig. Mit ihrem Chewbacca. Süßes Wummen. Aber denk an den Chewbacca in Battlefront 1. Ja, der sah aus, ne? Der war... Was haben sie sich dabei gedacht? Ach, die feiern sich da immer, ne, die Helden. Ach, du bist das nächste Zielschitter bei mir. Okay. Wo sind denn die Feinde? Da. Der Imperator kommt schon in den Kampf. Der stürzt nur. Oh. Nein, ich muss weg. Das ist... Das sieht doch mal gut aus. Oh, ne, doch nicht. Held gegen der Held. Oh nein, ich hatte eingefroren. Ich hatte nicht erwischt. Aber jetzt rennt er weg. Jetzt versucht er zu fliehen vor dir. Ach, und ich bin erzgeschafft. Der Power-Doku kommt auch noch. Wo sind denn die Lösen hier unsere brave woman? Die spielt gar nicht mit. Nein, ich hab zwei gegen mich. Ich hab's fast geschafft. Fast geschafft. Aber noch ist ja nichts verloren. Der Anfang sah aber eigentlich ganz gut aus, dachte ich. Der Imperator. Ah, ich treff ihn nur nicht. Der ist irgendwie... Ach, mein Gott. Dieser Count Dooku, der greift immer mit an. Macht's denn? Hallo, der Blitze. Hoffentlich kriegt ihr den Imperator da. Jetzt ist er weg. Oh, macht mal der Count Dooku da immer auf. Dann greifen geht. Spürt meine Macht. Hehe. Mal sehen wir Ihnen ein kleiner Blaster, was schmeckt. Ich glaub, ich bin noch auf dem Weg. Ich muss leider ganz lange laufen. Aua, aua, aua. Aua, das ging ja schnell, du. Und Annie. Wie der Wegfluch. Aber wir können nur gewinnen. Aha, da oben ist Bubba fett. Was sagen wir? Wer schießt denn die ganze Zeit von da oben runter? Oh, wenn der da Ziel ist, ne? Er hat einfach runtergezogen da. Oh ne, jetzt liegt der wieder da hoch. Schuss. Oh, ich glaub, das werden wir nicht schaffen, der Bubba fett. Der sitzt da oben drauf und wartet da. Das mag ich ja immer nicht, wenn die Bubba fett Spieler so spielen, ne? Ja. Wir können sich so verdrücken, dass wir ganz weg sind. Mhm. Sehr gesichtet. Na, der versteckt sie immer noch da oben. Der Annie. Ich glaub, wenn der das Ziel wird, dann kriegen die immer den Punkt. Na, da sind aber auch Verpizza, das hasse ich, ne? Ah, ja. Ich bin das nächste Ziel. Oh, das fand ich gar nicht. Wir haben einfach einen Zaubertrick gemacht hier. Ja, schön. Ich bin bei euch. Beschützt mich. Ist jetzt der Count Dooku da auch oben? Ach, das ist eingefriert. Boah. Aber jetzt hat er nicht mal die Fähigkeit aktiviert, der Han Solo. Ach, was war das denn? Ich hatte keine Schnitte. Ich führe unser Team zum Sieg. Nee. Flieg, du Elender. Roter Typ. Ah, zack. Nein. Da werde ich weggeschlagen. Aus dem Map hat er mir rausgerufen. Boah. Ich hab einfach die Feinde. Kylo Ren ist das Ziel. Sobald ein guter Spieler dabei ist, bin ich im Arsch. Ah, jetzt machen wir aber das. Oh, jetzt, jetzt. Motivation ist wieder da. Ah, jetzt kommt wieder dieser Count Dooku, der immer nur auf mich geht. Ich verstehe den nicht, ne? Der greift hinter dem sein Ziel an. Der verliert das Spiel, aber der greift Hopsa, der greift nicht an. Das ist doch wahrscheinlich geil. Komm mal hin. Oh, der ist nie. Ja, Small. Der rennt aber weg. Boah, was ist denn hier los da jetzt? Boah, Alter, welchen Stress. Ja, der ist fast tot, der Darth Maul. Ich hab's gesehen, aber der ist so schnell weg, ne? Der ist so schnell weg, ne? Ich werde dir überall hin folgen. Boah. Boah, brauchst du ja nicht mehr. Ah, und jetzt wird er gestorben. Der Darth Maul. Schade, so knapp. War ich das Ziel? Ne, ne? Ich weiß nicht, wer das war. Ich bin nämlich genau da gestorben, wo du das gesagt hast. Da wird mich nicht verwundert, ich bin sehr oft das Ziel. Hier. Ah, ich hab auch den Eindruck manchmal. Ich bin sauer auf das Ziel. Diesmal nicht so. Diesmal. Oh, besiegt. Boah, diese blöden Bienen. Rette dich. Sehr gut. Ja, den haben wir. Unterstützen mit Dombi. Ist diesmal das Ziel? Okay, der Anakin bei uns und bei denen der General Grievous. Oh, hier können wir uns komplett auf das Ziel konzentrieren. Jawoll. Ah, jetzt irgendwo ein hoher Fett. Was ist er denn? Ah, jetzt fliegt er nur noch durch die Gegend. Das hab ich jetzt auch kapiert. Ich mach das aber auch gerade. Er siegt. Na, den haben wir aber direkt. Boah. 5 zu 5. Jetzt ist wieder richtig spannend, das Match. Prügeln. Oh, jetzt halt ich das Ziel. Für uns. Ne, doch nicht. Genau, gestorben. Jetzt kommt schon. Müssen wir besiegen. Wo ist er hin? Da unten. Oh, wer ist es? Kylo Ren? Kylo Ren. Und was macht er? Er rennt. Ich hab ihn ungeschubst. Tötet ihn. Oh, ich bin irgendwie so weit weg. Oma Fett. Er tötet mich einfach. Wow. Ah, schade der. Kylo hat auch nicht mehr viel. Boah, ich bin so schlecht heute. Warum? Ach ne, bin ich immer. Ach, Quatsch. Ach, Quatsch, Quatsch. Da muss aber noch ein bisschen mehr gehen hier. 4 zu 5. Bleibt halt spannend. Wir machen das halt richtig spannend hier heute. Ja, ist geplant. Ja, natürlich. Natürlich. Das ist ja da drin. Das ist immer unser Ziel. Anakin. Der macht das doch. Ich hab den fast, war ich's. Ich war's fast. 4, 4. Wo bist denn du? Da. Bist du ganz allein. Hm. Wahrscheinlich eh keiner. Zähl. Wartet. Sei sein nächstes Mal gefällig. Wunderbar. Wunderbar. Boah. Der Griebus hat schon gut Schaden genommen von mir. Boah, ich lauf auch in seinen Dienst da rein. Ah, verdammter Imperator mit seinem Blitzen. Ah, der Chewbacca greift da auch ordentlich an. Nein. Ich muss wieder ewig warten, bis ich rein durfte. Nein. Ich hab doch verloren. Schade. Aber da war der so low, der General Griebus schon. Boah. Ist doch auf Fresse da ein, ey. Mein Gott. Ziel erkannt. Oh, ne. Die haben gewonnen. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt werd ich drauf gehen. Den kann ich doch nichts mehr machen, hier. Boah. Der Unterbrechen meine Fähigkeiten. Das finde ich so ungefähr, ne? Ah, wir haben den hier sogar noch vorher bekommen. Sehr schön. Boah. Knapp, knapp. 3-3. Das ist nur noch ein Rumgefliege und geliege. Ja. Total. Ziel identifiziert. Boah. Ziel gesichtet. Boah. Ich bin jetzt schon zehnmal gestorben. Aber erst ein Kill. Ah, Small ist das Ziel. Anakin ist das Ziel. Okay. Ach mein Gott. Was hauen die denn alles für Fähigkeiten auf mich drauf? Ja. Ja, das ist sie jetzt. Ich schaffe mir. Na komm. Ah, schade. Oh, ich hab's das geschafft. Ah, wir haben's mit dem. Jahre gemacht. Ja, unser Ziel ist schon wieder down. Naja. Leider, leider. Ach nee, jetzt werd ich schon wieder das nächste Ziel. Ach, ich bin hier beim Ziel. beim Regnerischen. Oh, ich hab's fast geschafft, ey. Mehr als eine Sekunde überlebt. Ah, wir haben den. Sehr gut. 2-2? Wie spannend ist das denn bitte? Ist unfassbar, ne? Ich bin auch das nächste Ziel. Jetzt hab ich wieder diese... Jetzt hab ich hier die Fähigkeit an, aber es ist nicht an. Ich hol den euch. Ja, der schlägt nie auf mich, der da auf den Aul, warum auch immer. Ich konnte dich nicht retten. Aber du hast ihn besiegt und mich gerecht. Und Stufe 32 bin ich. Jawohl, sehr schön. Eins noch, komm. Ah, der Kack-Imperator, ey. Mach doch keinen Quatsch, das ist. Ja, das schaffen wir. Sehr gut. Und ich hab mir noch erledigt am Ende den einen. Ha-ha. Ha-ha. Das lief doch super. Guck mal, wie gut unser Team war, ey. Wir waren sogar hier nur Dritter und Vierter. Die waren richtig gut diesmal. Boah. Mal ein Pünktchen gemacht. Boah. Immerhin Doppel-EP, bringt auch nochmal ordentlich Punkte. Wohl wahr, wohl wahr. Ach, vierter Platz bin ich immer noch. Ha-ha. Immerhin, ne? Cool. Immerhin. Würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Jawohl. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.